hallo und herzlich willkommen hier beim acoustic player in der ausgabe 224 die fans von euch werden es schon erkannt haben ist mein thema play like dave matthews und ich habe ein paar sehr schöne lohnenswerte und großartige akkord riffs und licks rausgesucht und ich werde die sehr gerne mit euch besprechen ich freue mich auf euren besuch bis dahin